Hey Leute und willkommen zu einem neuen Runde Micro Fred Ross. Mit mir, dem Tom und dem Tobi. Hallo Tobi. Wenn ich jetzt mal Tab drücke, kennt ihr wahrscheinlich schon ein paar Namen davon. Wollen wir dich vernichten oder Mitte? Flo ist übrigens auch dabei. Du musst in der Base aufpassen. Wo ist Schwarz? Okay, Schwarz ist nicht bei uns. Neben uns ist Grün. Okay, Silveranoff ist da. Wir müssen auf Grün aufpassen, also rechts neben uns. Silveranoff kann Bad was spielen. Ja, das ist das Problem. Ja, ich baue mich in die Mitte. Wir müssen das erste Gold kriegen. Dann halte ich einfach die... Es hat geleckt. Meine Blöcke sind unter mir verschwunden. Pass auf, Grün baut sich schon direkt, will uns direkt abfangen. Abfangen. Ja, okay, Torben, bau das Bett. Ja, ich sag jetzt mal. Pin kommt, Pin kommt. Wie du komm? Erholte Stöcke und Spitzsacke. Oh shit, Alter. Du hältst die Mitte, ich hau die weg. Ähm, die Mitte? Welche Mitte? Ja, du weißt, was ich meine. Die Base? Torben, die kommen. Ja. Okay. Alter, die hat direkt ein Schwert. Ja, ja. Komm, kriegst du die? Nee, ich bin tot. What the fuck? Wir dürfen das nicht verlieren. Komm jetzt. Ja, ich boxe sie. Flo ist schon raus. Flo ist schon raus. Tobi, boxe, die ist so gut wie da. Ja, komm mit drauf, komm mit drauf. Ja, die hat nicht mehr viel. Scheiße, ich bin tot. Tobi, bald, bald. Da ist sie. Tobi. Ja, wir müssen auf den Zweiten aufpassen. Der holt sich gleich eine Spitzsacke. Ja. Ja, okay. Schwitzsacke. Schwitzsacke. Ich mir auch. Ich hab zwar kein Leben mehr, aber ist egal. Einfach los jetzt. Komm, 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 komm. Ja, ich bin hinter dir. Vorsicht, der hat ein Schwert. Nein, bleib hinten. Wir müssen uns erst Eis hinholen. Pass auf. Oh. Du deckst die auf dem Steg. Ja, ja, ja. Mach ich. Den mit dem langen Namen. Schubst ihn runter. Nice. Okay, ich bewach hier. Vorsicht, da kommt der nächste Möcken. Ja, ja, wir kriegen das hin. Ich geh, ich geh wieder hoch. Tobi. Nein, don't. Tobi, Tobi, equip dich. Ich geh wieder hoch. Es down, es down. Nein, es ist nicht down. Ich bin down. Ich hab einen. Tobi, da kommt einer. Einer kommt. Ja, ich hol ihn. Du musst, equipt du dich. Hi. Du bist schon raus, ne? Wir sind mit einer Aufnahme, ne? Das weißt du. Was? Tobi, ich bin drüben, ich bin drüben. Ja, ich komm. Ich bin drüben. Hab das Bett. Nein, bleib bei unserer Base. Ich hab das Bett. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hab das Bett. Bleib bei unserer Base, der ist hinter dir. Ja, ja. Tobi, hinter dir, hinter dir. Boah, du wollte ich kicken. Da hinter dir ist einer hinter dir. Ich hab's dir tausend mal gesagt. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Alter, wir sind direkt ausgeflogen. Okay. Äh, hast du den einfach Weg runter? Ja. Okay, äh, jetzt zu Severanov, zu Severanov, zu Severanov. Der macht uns jetzt... Nee, erst mal Eisen. Ist der Steffen, Alter. Nee, ey, bitte geht zu Orange. Die haben uns geflogen. Ja, aber wir haben das Problem, dass Severanov... Lass erstmal richtige Ausrüstung holen. Die haben noch keinen Eisen, oder? Ich will da jetzt gerne hin. Severanov ist grad noch mal gestorben. Ja, warte. Ich bin erst mal in die Mitte. Alter, Rot rockt. Wer ist Rot? Kennen wir die? Aber Rot hat kein Bett mehr. Nee, die haben uns rausgeflogen. Hä, das Bett, du meinst Orange. Äh, Orange meine ich. Die haben uns auch rausgefallen. Hals voll... Möchte viel rauskauen. Ja, und ich bin in dem Moment runtergefallen. Ein Bauen bin ich einfach runtergefallen und dann in dem Moment wird das Bett zerstört. Oh, ich fühlte hier jetzt der Severanov. Oh, er hätte mich fast, aber nee, nicht mit mir. Naja, ich geh mal wieder runter. Severanov, Severanov kommt. Okay, töt ihn, töt ihn. Nein, ich bin runtergefallen. Tobi, pass auf, er kommt. Hol ihn hier, bitte. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Wir sind in der Mitte. Ja, pass auf, ich baue jetzt dir ein Bett ab. Ich brauche dich hier. Ich baue dir ein Bett ab, tut mir leid. Ich hab gleich einen Bogen. Ich hol mir direkt den Bogen, ne? Ja, mach jetzt. Bzw. ich hol dir auch mit ein. Renn ich noch. Ich hab sieben Gold. Renn zurück jetzt. Ich hab noch mehr Gold. Vorsicht, Severanov kommt, Torben. Ich brauche dich. Renn zurück, renn zurück, renn zurück. Ja, 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 das passt. Sehr gut. Der hat ein Schwert. Ist egal, ich hol uns zwei Bögen. Du kriegst ihn? Äh... Ich hab beste Ausrüstung, ich klatsch ihn locker. Ich lock ihn halt hierher. Ah, ne, ich bin runtergefallen. Du musst aufpassen. Ich hab versucht, mich hinter ihm, äh, vorbei an sein Bett zu sneaken. Äh, zu sprinten, aber... Pass auf, Tobi, schieß ihn ab, bitte. Bevor der sich Gold holt. Wo ist er denn? Ja, in der Mitte. Bevor der sich Gold holt. Ja, Tobi, ich hab hier ne... Ich hab die Kiste falsch geplantet. Sorry, Tobi, ich muss noch mal ne Kiste holen. Oh nein, der hat das Gold. Shit. Ja, ich konnte nichts machen. Okay, ich kann jetzt einfach in die Mitte. Ich weiß nicht, warum ich gerade so auf Tab gedrückt hab. Frag mich bitte nicht. Frag mich bitte nicht danach. Okay. Der Grüne ist weg. Jetzt ist nur noch Severanov da und der hat ein Schwert leider. Sind wir da dran. Tobi, schieß den Severanov mal bitte ab. Schieß den mal ab, der ist in seiner Base. Ah, der kriecht mich. Ja, wenn der einen Bogen hat, dann... Ah, nein, der hat einen Bogen. Pass auf. Du sollst ihn von unserer Base, genau. Hab ihn. Auf den anderen. Wenn ihn down kriegst, das wär optimal, weil ich hätte deren Bad schon fast gehabt. Äh, Torben, brauche ich mal hier bitte von der Seite. Okay, ja, jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen in das Spiel. Definitiv von dir. Sneak. Sneak. Mach ich. Ja. Mir fällt's ruhig bleiben und geht. Genau. Die werden angegriffen, wir können hier in die Mitte, wir können hier in die Mitte. Ja, mach das. Ich komm schon. Ich darf nicht runtergeschossen werden. Okay. Wahrscheinlich werden die jetzt vernichtet von Orange. Sollen wir dann zu Orange schnell? Okay. Torben, wir müssen... Wo ist Orange? Ja, ich will jetzt zu Orange. Ja, ich hab's Orange. Du hältst die Mitte. Hol dir einen Bogen. Hol dir bestes Equip, Torben. Okay. Okay. Hol dir bestes Equip, trau mir. Geht klar. Eins, zwei, drei. So. Ich krieg das Beta, ist keiner. Daher sieben. Sehr gut. Ja. Ah ne, das ist grün. Komm. Komm, hol dir ein Beta, damit die nicht so offensiv jetzt gegen mich vorgehen, falls die... Sehr gut. Ich schreib das mal Hund. So, ich hab 23 Eisen von denen. Dies. So. Ja, wir sind hier ein 10 mit Bett. Da kommt der Orangene, der hat nen Bogen. Tobi, ich werd angegriffen. Tobi, der ist gut. Aber den Krieg. Den anderen? Den Krieg. Ja, einer ist da. Nein, oh shit, ich hab richtig wenig Leben, Tobi. Sag mir nicht, die kommt zum Bett. Doch, sicher. Ich bin hinter ihm. Ja, er ist runtergefallen. Nein. Doch, er ist runtergefallen. Wir haben gewonnen. GG. Ja, ähm, sieben Minuten ging die Schnieke runter. Jo. Ich würd sagen, kann man so stehen lassen, oder? Ich würd sagen, kann man so stehen lassen. Jo. Gut, Leute, äh, wenn er... Severan, noch passt das richtig aus. Wenn er, äh, wenn's euch gefallen hat, lass uns prozessive Wertung da. Wir haben uns jetzt mal wieder... Eigentlich zu dritt, aber eigentlich nur zu zweit aufgenommen. Aber, wir haben halt gewonnen. Ist halt egal, ne, weiter? Wenn, inappropriate... Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch einfach. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss! Hu!